Vermutlich. Oh Gott. Oh. Oh. Oh, es geht noch. 23 Einheiten. Ich habe inzwischen ja auch einiges am Start. Natürlich alles mit Schilden bestückt, aber... Ich habe meine dicke Artillerie am Start, von denen ich jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel aufs Feld gesetzt habe. Ach, was ist das? Gucken wir uns einfach mal an, wie es läuft. Okay, die kommt nicht an mich ran. Hm. Hm. Problem ist, wie kommt die jetzt nicht da oben hin? Scheiße. Fangen wir nochmal neu an. Sehr gut. Gleich nochmal neu anfangen hier, ne? Also, ich möchte aufs Feld bringen. Eine Artillerie hier. Noch eine da. Und ein Jeep da. So geht's. Okay. Perfekt. So, jetzt haut die Artillerie hier auch mal ein bisschen rein. So, jetzt habe ich leider nicht mehr genug und noch einen Panzer, aber ich brauche vielleicht einen neuen Jeep. Ja, ich brauche die Fünftige neuen Jeep. So, den da jetzt hinsetzen, gefällt mir nicht so. Wegen... Nee, ich bin gleich mal weg. Ich bin da rüber. Ah, perfekt. Das geht auf. Gerade... Nein, das geht nicht auf. Fuck. Das geht gerade nicht auf. Aber ich kann das Ding schon mal einnehmen. Sehr gut. Oh, ich habe da oben den Panzer nicht. Ah, ich habe nicht dran gedacht. Der nimmt natürlich keinen Flächenschaden. Ist klar. Der hilft da einiges aufs Feld, muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht. Scheiße. Gefällt mir gar nicht, was der da tut. What the fuck? Gefällt gar nicht, was der da alles aufs Feld wirft. Also überhaupt gar nicht. Zehn. Oh, warum nicht? Man hat es ja, ne? Was? Ich... Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch noch einen, aber... Das wird irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Ja, ne, ähm... 60. Sonst geht es dir aber gut, Spiel, ja? Ähm... Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Leck mich auf den Arsch. 60. Das ist doppelt so viel wie 30. Vielleicht erforsche ich erst mal so ein bisschen was. Vor allem, ich habe noch gar keinen Scorping-Panzer. Kann ich einen Scorping-Panzer bauen? Ne, ich habe auch keinen, oder? Oh, ich habe einen. Einen. Ähm... Lager kann ich noch mehr bauen. Sonst ist es wahrscheinlich noch viel über die Kohle. So, ich bekomme da unten Oran. Ich bekomme da radioaktive Strahlung in meine Basis. Spitz 2, das könnte ich nicht verbessern. Hm, Kontoangriff. Das bringt es halt auch nicht alle so wirklich. Aufrüstung gerade hat es nicht so wirklich gebracht, ne? Ne, nicht so wirklich. Okay. Versuchen wir es nochmal irgendwie anders. Was kostet denn so ein Scorping-Panzer? Hm, 6. Wir haben jetzt auch liebe Arme. Kommt leider so weit, ne? Leider, ja. Das heißt halt die, dass der da ständig Einheiten entworbt. Ein Schuss, zwei Schuss. Drei, vier. Fünf, sechs. Das müsste aufgehen. Geh doch auf. Perfekt. Da müssen wir definitiv mal was gegen tun. Das ist jetzt halt die Frage, was. Der kann da reinfahren. Schönes Geräusch. Ähm. Ich kann jetzt der nächste und den Cheap spawnen lassen. Ich kann da jetzt immer noch rein. Natürlich nicht. Ich muss den aber einnehmen. Sonst spawnen die mir gleich wieder einen Arsch voll einhalten. Das wollen wir ja alle nicht. Kann man das nicht ein bisschen vorspulen? Nein. Ich kann das hier schon wieder entgegengeworfen bekommen. Äh, Jeep. Oh, kann ich noch einen aufs Feld stellen? Gut, Alter, die kann denn nicht knacken. Kann da drüben irgendwas? Nein. Gut. Das Problem ist ja keine Ziereinheiten reinworben. Reinworben. Ich sag mal reinworben. Ich weiß auch nicht, oh ja. Oh. Ich bräuchte jetzt irgendwie... Das ist jetzt nicht so günstig, weil mir die jetzt alle wegsprengt, aber das ist zu machen. Runde beenden. Moment, der hat überlebt. Mein Jeep hat's überlebt. Kein Wunder. So, jetzt kann ich hier noch eine Artillerie leisten. Hm. Was hat denn jetzt noch so als Nasch? Ja, es lebt immer noch. Geil. Er hat noch... Null in Reserve. Geil. Er kann nichts mehr beirufen. Das muss ich nur noch so lange durchhalten. Oh, nee. Er ist nicht so schlimm. Ich liebe das jetzt erst wieder ein. Ähm. Ich lasse ich mir das da weg. Vielleicht, dass wir nicht eins vorfahren. Ja. Achso, gesetzt hier zumachen. Fuck. Er ist zu langsam. Ähm. Äh, was ist denn hier die Reichweite? Ich liebe das Reichweite und Geschwindigkeit. Steht hier nirgendwo. Wobei er kann nichts mehr heranwurfen. Von daher kann mir das egal sein. Und daher werfen Panzer auf dem Schlachtfeld. So, was man... Na, ich hab jetzt den. Na ja. Hm. 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 Jetzt muss ich mal vorsichtig vorfahren. Abgewehrt. Ja, für mich auch. Dann drück ich halt jetzt noch eins nach. Das reicht nicht. Scheiße. Oh, das kann auch nicht schlagartig mehr kommen. Nehmen wir jetzt mal das fette Gerät an den Start. Den, was ich lustig habe, meinen Jeeps aufgerieben hat. Mal gucken, ob ich den nirgendwo auf mich schießen kann. Das ist mir jetzt erstmal wichtig. Ne, der kann gleich wieder mit seinen Raketen auf mich schießen. Gute Glück habe ich aber noch ne Adlerion in den Start zu bringen. Ja, mach den ruhig mal. Komm ich da ran? Ne. Jetzt ist die Zeit dann einfach auf meiner Seite. Wir haben es nicht eigentlich. Wir haben viel, viel Zeit. Ja, das ist schon ein neues Schild. Was soll denn der uns? Boah, der neue in der Schild so schnell. Moment. Vielleicht nicht. Dann geht das Risiko gar nicht erst ein. So. Also, die kann nicht da reinschießen. Der kann nicht bis da hinlaufen. Aber ich kann auch nicht reinfahren. Was machst du das, glaube ich? So, vorwärts. Jetzt halte ich ihm ja einfach alles um den Arsch. Läuft. Gegen meinen Artillerie-Power doch eh keine Chance haben. Bisschen aufpassen, dass ich nicht in seine Artillerie-Power reinfahre. Apropos Artillerie-Power. Ah, ne extra Runde. Heute fällt das Ding. Könnte funktionieren. Ich verlauere allerdings zwei. Aber das ist ja kein Ding, ne? Immer noch an den Start. Wir können nicht gerade hier an den Start bringen. Das belässt mir seine Kack-Affilie wieder weg. Das funktioniert. Das funktioniert. Sehr gut. Das kann mich von da aus nicht beschließen. Oh, noch ein Schuss. Da wieder zu ist. So, Adlerie-Mob fährt vor. Und da ist dann da oben noch ein wenig was. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht meine Artillerie wegsnipe. Das ist leer. Das nimmt er auch nicht ein, weil warum auch? Das wäre ja Arbeit. Jetzt habe ich mal Einheiten am Start. Das ist auch irgendwie ein komisches Gefühl. Ah, der ist eins zu weit weg. Scheiße. So, dann machen wir es eben so. Ist mir auch recht. So, mal ein paar Runde beenden. Dann Artillerie ausstellen. Und alles wird hier haben. Fastes Gefühl. Nee, treffst du nur. Bleibst mal hier hinten. Wo ist man da hin? Er kommt natürlich. Macht's einem leicht. Macht echt viel Schaden, das Ding. So, das wegzuschießen. Und tschüss. Vielleicht sogar. Das war die Artillerie ist da. Was war die Artillerie? Die Artillerie haut gut rein. Kann man nicht sagen. Kann man deswegen sagen. Du bist noch. Naja, weit weg. Äh, was? Moment, was, 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 was? Moment, was? Was soll er denn da für eine Fähigkeit? 20! Und das alle zwei Runden. Können wir das irgendwie anzeigen lassen? Heilige Scheiße. Ja, das ist nämlich mal Reichweite. Plötzlich wirkt man also nie so geschmächtig. Ich nehme mal das da an. Brauche ich eh nicht. Und wer kann das da nicht beschießen? Sehr gut. Ähm. Die stehen auch alle auf rote Punkte, richtig? Aber wer kann das jetzt zwei Runden lang nicht einsetzen? Ich weiß noch nicht, wie ich da an den herankommen soll. Ich meine, der deckt fast das ganze Spielfeld damit ab. Also, ja, nicht ganz, aber... Ich weiß, was ich meine. Das ist schon heftig jetzt. Naja, undistrufen hier. Er kann nicht durch, wenn das Schießen jetzt aussieht. Vor allem die Häufigkeit, wenn er das einsetzen kann, ist ja einfach absurd. Alle zwei Runden, hallo. Ich meine, ja, man kann es überleben, aber... Ich musste ja noch durch einiges an Einheiten durch. Ich glaube, da kann er nicht hinschießen. Und ich setze sich sicherheitshalber doch mal noch woanders hin. Na, der hätte da hinschießen können. Leck mich doch. Alter, die Distanz, das ist doch abartig. So, hier fahrt man dann auf. Jetzt kommt gleich der Fliegerhahn nach oben und beschissen müssen. Beschissen? Scheiß, ich meine, warum? Und dann nimmst du den Punkt da noch ein. So. Jetzt muss ich nur noch was einfallen lassen dagegen. Alter, die Reichweite. Vor allem, das macht auch noch sechs Schaden. Sex. Bin ich jetzt auch gerne, aber sonst geht's nicht. So. Moment. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht gleich meine Anlari verheiz. Die werde ich jetzt nämlich noch brauchen, irgendwie. Wie noch irgendwas? Ich könnte noch diese Sonde. Die hole ich mir jetzt auch mal. Sonde beenden. Ich fahrt jemand in den Wald. Das ist er sicher. Das ist nicht sicher. Da kann er parken. Okay. Das dürfte nichts in seiner Reichweite sein. Das ist eine Herausforderung, nichts in seiner Reichweite zu haben. Vor allem, der hat 60. Das ist halt immer noch die Sache. 60. Man kann halt effektiv auch nirgendswo irgendwie Deckung groß suchen, außer da oben. Aber ich kann jetzt mich in diesen Wald verschranzen. Da kann er nicht reinschießen, weil... Wald. Aber...